In dieser Online-Schulung stelle ich Ihnen die verschiedenen Bausteine unseres Online-Katalogs vor. Sie lernen effektiver zu recherchieren und können somit schneller auf die bereitstehenden Quellen zugreifen. Im Folgenden wird der Online-Katalog kurz OPAC genannt. Der OPAC nutzt ihn, wenn Sie für eine Seminararbeit recherchieren. Ausgangspunkt dieser Recherche ist oft eine Literaturliste aus Ihrem Seminar. Hier eine Beispiel-Literaturliste. Wollen Sie die Werke einer solchen Literaturliste leicht finden, können Sie auf ein paar Punkte achten. Die zeige ich Ihnen. Nehmen wir an, Sie sollen folgende Werke lesen. Was unterscheidet die einzelnen Werke? Um welchen Typ von Werk handelt es sich jeweils? Sind es Monografien, Zeitschriftenartikel oder Beiträge aus Sammelwerken? Diese Prüfung ist wichtig. Sie können damit den gewünschten Text effektiv suchen und verstehen die Suchergebnisse besser. Das erste Beispiel ist der einfachste Fall. Aufgeführt sind zwei Autoren. Erscheinungsjahr, Titel und Untertitel. Demnach handelt es sich um eine Monografie. Im zweiten Beispiel sind verschiedene Personennamen genannt. Kirschhock, Renner, Brandt, Bröll und Tausend. Außerdem zwei Titel, nämlich Digitale Medien im Schriftspracherwerb an der Schnittstelle zwischen Elementar- und Primarbereich und Digitales Lernen in der Grundschule 2. Aktuelle Trends in Forschung und Praxis. Darüber hinaus Verlagsort, Verlag und eine Seitenangabe. Am Anfang der dritten Zeit steht das Wort in. Außerdem am Ende der Werkangabe eine Seitenangabe. Diese drei Dinge, zwei Titel, das Wort in und die Seitangaben machen klar, es kann sich nicht um eine Monografie handeln. Wie ist dieser Literaturlisteneintrag nun zu lesen? Als Regel gilt, dass immer zuerst die Autoren und der Titel des Beitrags aufgeführt werden und dann genannt wird, in welchem Werk dieser Beitrag erschienen ist. Abschließend steht, auf welchen Seiten der Beitrag zu finden ist. Der dritte Eintrag ist ganz ähnlich wie das Beispiel davor. Hier werden aber Personen nur an einer Stelle genannt. Das Wort in zeigt mir wieder, dass es sich um einen Beitrag handelt, der in einem anderen Werk enthalten ist. In diesem Fall verrät bereits der Titel, Zeitschrift für Pädagogik, dass es sich um eine Zeitschrift handelt. Die Angaben 41 und die geklammerte 6 sind hier ein weiteres Indiz für eine Zeitschrift. Sie geben an, dass der Beitrag im sechsten Heft des 41. Jahrgangs der Zeitschrift für Pädagogik erschienen ist. Der Beitrag selbst steht auf den Seiten 867 bis 888. Die hohen Seitenzahlen sollten hierbei nicht irritieren. Oft werden die Seiten nämlich über das ganze Erscheinungsjahr und über sämtliche Hefte durchgezählt. Ich rufe nun den Online-Katalog oder wie gesagt kurz OPAK der PH-Bibliothek auf. Mit dem OPAK der PH-Bibliothek recherchieren wir Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien in gedruckter oder elektronischer Form. Hierzu geben wir den Suchbegriff in das Suchfeld ein und starten die Suche. Ich komme nun auf das erste Beispiel aus der fiktiven Literaturliste zurück und suche nach den Begriffen Bohl, Offener Unterricht, Heute. Wir erhalten drei Treffer unter dem Reiter Bücher und mehr und einen Treffer unter dem Reiter Artikel und mehr. Nun stellt sich die Frage, worum besteht der Unterschied zwischen diesen beiden Reitern bzw. den Ergebnissen? Die Ergebnisse unter dem Reiter Bücher und mehr befinden sich entweder physisch in der Bibliothek der PH oder können direkt als elektronische Ressource aufgerufen werden. Bei den elektronischen Ressourcen handelt es sich um E-Books und E-Journals, die von der Bibliothek lizenziert wurden oder lizenzfrei abrufbar sind. Unter dem Reiter Artikel und mehr sehen wir Treffer aus einem Pool von wissenschaftlichen Datenbanken und vor allem Zeitschriftenartikel. Da die hinterlegten Datenbanken mehrere hundert Millionen Einträge haben, sind viele der angezeigten Treffer nicht von uns lizenziert. Bei den Treffern unter Artikel und mehr muss man deshalb oft manuell prüfen, ob sie verfügbar sind. Darauf gehe ich später noch ein. Zurück zum Reiter Bücher und mehr. Von den drei angezeigten Treffern passen nur die letzten beiden zu unserer Literaturliste. Zum einen handelt es sich um ein E-Book, zum anderen um ein gedrucktes Werk. Sie können leicht erkennen, dass dieser Treffer einmal ausgeliehen ist und einmal als Präsenzexemplar in der Bibliothek vorhanden ist. Als Standort der Bücher wird der Anbau des Erdgeschosses angezeigt. Die entsprechende Signatur ist hier ebenfalls einsehbar. Jedes gedruckte Buch in der Bibliothek hat eine Signatur, die auf dem Rücken der Medien angebracht ist. Nach dieser Signatur ist das Buch im Regal einsortiert. Kommen wir nun zum E-Book. Bei den E-Books ist hier kein Standort angegeben, dafür aber ein Link zum Volltext. Durch einen Klick auf den Link verlassen wir in OPAC und befinden uns jetzt direkt auf der Seite des Anbieters, der das E-Book zur Verfügung stellt. Je nachdem, welche Lizenzbedingungen gelten, können Sie das E-Book nicht nur direkt am Bildschirm lesen, sondern auch kapitelweise oder vollständig herunterladen oder ausdrucken. Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür mit dem Netzwerk der PH verbunden sein müssen, entweder vor Ort oder per VPN-Verbindung. Sofern Sie von zu Hause aus arbeiten und eine VPN-Verbindung zur PH eingerichtet haben, gehen Sie über das Netzwerk der PH in das Internet. Somit greifen Sie technisch gesehen vom Campus der PH aus auf die von der Bibliothek lizenzierten Quellen zu. Alternativ können Sie bei einigen Verlagen auch mittels Schibolew-Authentifizierung Zugang erhalten. Hierbei wird mittels Ihrer Login-Daten geprüft, ob Sie zur PH Freiburg gehören und berechtigt sind, die lizenzierten Quellen zu erhalten. Kommen wir zum zweiten Titel unseres Literaturverzeichnisses. Bei der Suche ist darauf zu achten, dass es sich bei dem Werk nicht um eine Monografie, sondern um einen Beitrag in einem Sammelwerk handelt. Zur Erinnerung, das zeigt uns die beiden Titel, das Wörtchen in und die Seitenzahl am Ende. Im OPAK werden im Bereich Bücher und mehr aber üblicherweise nur die Titel der Sammelwerke erfasst. Der Titel des Sammelwerks ist der, der auf dem Rücken des Buches steht. Auf der Literaturliste ist es der Titel nach dem Wörtchen in. Entsprechend gibt eine Suche nach digitalen Medien im Schriftspracherwerb an der Schnittstelle zwischen Elementar- und Primarbereich keine Treffer. Ich ändere die Suche auf digitales Lernen in der Grundschule. Hier finden wir nun das gewünschte Werk. Auch in der Trefferliste zeigt der Zusatz HRSG, dass es sich um ein Herausgeber- bzw. Sammelwerk handelt. Oft ist auch das Inhaltsverzeichnis über den OPAK abrufbar. Um dies zu prüfen, klicke ich auf Angaben zum Inhalt. Hier sehe ich, dass der gewünschte Beitrag auf den Seiten 357 bis 373 in dem Werk enthalten ist. Nehmen wir an, ich soll eine Hausarbeit zu folgendem Thema schreiben. Stabilität von Demokratien. Welche unterstützenden Maßnahmen können bereits in der Schule getroffen werden? Wie gehen wir vor, um Werke oder Beiträge zu erhalten, welche sich jemit auseinandersetzen? In der Einleitung der Hausarbeit möchte ich die verschiedenen Aspekte von Demokratie aufzeigen. Für passende Literatur suche ich mit den Begriffen Stabilität, Demokratie, Theorie. Ich erhalte 14 Treffer unter dem Reiter Bücher und mehr und über 100 unter dem Reiter Artikel und mehr. Im Reiter Bücher und mehr werden vor allem gedruckte und elektronische Bücher verzeichnet, die, wie bereits oben erwähnt, von der Bibliothek lizenziert wurden. Im Reiter Artikel und mehr werden vor allem Zeitschriftenbeiträge und Konferenzbeiträge angezeigt, also Berichte und Forschungsergebnisse zum gefragten Thema. Welche Treffer haben wir im Reiter Artikel und mehr bekommen? Autorität in der Demokratie zur republikanischen Rezeption des römischen Autoritas-Konzepts bei Hannah Arendt. Zweimal aus verschiedenen Quellen. Die Ambivalenz politischer Stabilität, Bericht zur Tagung politischer Stabilität, Ordnungsversprechen, Demokratiegefährdung, Kampfbegriff. Universität Bonn, 14. bis 16. März 2018. Schauen wir uns den Treffer Autorität in der Demokratie an. Es wird hier nur der bibliothekarische Eintrag verzeichnet. Der Artikel ist in der Zeitschrift Zeitschrift für politische Theorie enthalten. Der dritte Treffer scheint besser für meine Hausarbeit zu passen. Hier wird mir ein Volltextlink angeboten. Den wähle ich. In einem neuen Tab öffnet sich die Seite des Social Science Open Access Repository. Wir befinden uns nun also nicht mehr auf einer Seite der PH Freiburg, sondern in einer Open Access Datenbank. Hier kann ich den gewünschten Text herunterladen. Das tue ich über den mit dem PDF-Symbol markierten Link Volltext. Der dritte Treffer scheint mit dem ersten Ident zu sein. Dieser Eintrag verfügt aber über keinen Volltextlink, sondern es heißt, Verfügbarkeit prüfen. Zum einen habe ich die Möglichkeit zu prüfen, ob ich über die Base Datenbank auf den Volltext zugreifen kann. Zum anderen er geht über die PH Freiburg Links, wobei PHB eine Abkürzung für unsere PH Bibliothek ist, eine Abfrage an diverse Quellen. Die Abfrage wird unter anderem geschickt an den PH-Katalogreiter Bücher und mehr und an den Katalog der OB Freiburg. Hierzu werden im Hintergrund Angaben wie ISBN, ISSN und DOI-Adressen an die jeweiligen Kataloge gesandt und die Rückmeldung ausgegeben. Hierzu ein kleiner Exkurs. ISBN steht für International Standard Book Number. Mit der ISBN werden Bücher eindeutig gekennzeichnet. Sie sind häufig auf der Rückseite des Buches oder des Titelblatts zu finden. Für Zeitschriften heißt die entsprechende Nummer abgekürzt ISSN und besteht aus 2x4 Ziffern. ISSN steht für International Standard Series Number. DOIs oder auch DOI URL-Adressen werden oft verwendet, um mit elektronischen Medien zu verlinken. DOI steht für Digital Object Identifier und diese sollen dauerhaft auf digitale Objekte verweisen. In der im Hintergrund zugehörigen DOI-Datenbank werden URLs für elektronische Medien hinterlegt. Das heißt, auf der einen Seite steht der DOI-Link, auf der anderen die tatsächliche URL des Artikels. Muss der bereitstellende Verlag die tatsächliche URL ändern, bleibt die DOI-Adresse bestehen. Im Bibliothekskatalog oder Literaturlisten muss entsprechend die DOI-Adresse nicht geändert werden. Eine Änderung ist nur durch den Verlag in der DOI-Datenbank erforderlich. Nun suche ich nach einem weiteren Artikel. Ich möchte sicherstellen, dass mir nur Treffer angezeigt werden, auf die ich auch wirklich zugreifen kann. Hierzu setze ich das Häkchen in der Checkbox von Volltext verfügbar. Dadurch sinkt die Trefferzahl auf unter 70. Als Beispiel nehme ich den Treffer Constraining as Enabling, der zusätzlich über den Link Zitaten-Datenquelle verfügt. Der Link öffnet die Datenbank, die diesen Titel enthält. Dort finde ich weitere Informationen zum Werk. Ich kann sogar den Volltextlink direkt anwählen, um den Text aufzurufen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich nur Titel einer Sprache anzeigen zu lassen. Das Menü dafür wird rechts angezeigt und heißt Suche einschränken. Über diese Facetten kann ich die Suchergebnisliste zum Beispiel auf nur deutschsprachige Titel einschränken. Was passiert eigentlich, wenn wir die Checkbox Volltexte mit durchsuchen auswählen? Wenn ich das tue, werden nach den Wörtern Stabilität, Demokratie und Theorie nicht nur in den Metadaten, also den bibliografischen Daten zu Texten gesucht, sondern auch im jeweiligen Text der Ressource selbst. Bitte beachten Sie, dass nicht bei sämtlichen hinterlegten Quellen der Volltext mit durchsucht werden kann. Die Trefferanzahl bei unseren Suchbegriffen steigt jetzt auf über 800. Kommen wir zu den Tipps und Tricks. Suche mit ISBN, ISSN. Hierzu ein Beispiel. Während einer Vorlesung hat mich der Dozent gebeten, den Artikel Aktuelle Herausforderungen nach 30 Jahren Wiedervereinigung zu lesen. Dieser sei in der Zeitschrift Politik und Unterricht im vierten Heft des Jahres 2019 abgedruckt. Wie kann ich vorgehen? Als erstes möchte ich prüfen, ob die genannte Zeitschrift in der PH-Bibliothek vorhanden ist. Wenn ich Bereich Bücher und mehr nach der Zeitschrift mit den Suchbegriffen Politik und Unterricht suche, erhalte ich über achtende Treffer. Jetzt kann ich mittels Facetten den Medientyp auf Zeitschrift, Zeitung, Serie eingrenzen und erhalte immer noch 29 Treffer. Der 17. und 18. Treffer enthalten die gewünschte Zeitschrift, aber ist es auch möglich, diese Suche einfacher zu gestalten? Wie vorhin schon erwähnt, ist die eindeutige Identifikationsnummer für Zeitschriften die ISSN. Es macht also Sinn, für diese Recherche vorab die ISSN der Zeitschrift zu kennen. Ich bemühe eine Suchmaschine, Ecosia.org, und gebe in das Suchfeld Politik und Unterricht und ISSN ein. Sofort erhalte ich Treffer, die in der Übersicht bereits die ISSN 0344 3531 angeben. Wenn ich diese in den OPAC eintrage, erhalte ich direkt nur noch drei Treffer. Eine entsprechende Suche funktioniert auch mit der ISPN von Büchern. Wir können zum Beispiel nach dem Titel Demokratie in der Krise suchen und erhalten über 340 Treffer. Suchen wir mit der ISPN 9783 8142 22967 erhalten wir sofort den richtigen Treffer. Wichtig ist hierbei, dass die ISPN nur mit allen Minuszeichen oder ohne Minuszeichen eingegeben werden sollte. Gebt man eine ISPN mit nur einem Minuszeichen ein, führt das zu keinem Treffer. Leider werden bei Amazon die ISPNs häufig so angezeigt. Bitte beachten Sie, dass Verlage häufig für unterschiedliche Auflagen neue ISPNs vergeben. Daher ist bei der Suche nach Büchern, zum Beispiel anhand von vorliegenden Literaturlisten, folgende Vorgehensweise häufig am zielführendsten. Geben Sie in der einfachen Suche den Autorennamen und Begriff aus dem Titel ein. Die Kombination aus Autorennamen und Titeln führt meist zu einer sehr begrenzten Auswahl an Treffern, die dann auch das von Ihnen gewünschte Buch enthalten sollte. Trunkierung. Zum Thema Trunkierung haben wir bereits ein Video erstellt, das Sie auf unserem YouTube-Kanal finden. Phrasensuche. Sie kennen vielleicht die Phrasensuche von Google. Bei der Phrasensuche werden Suchbegriffe in Anführungsstriche gesetzt. Es werden dann nur Treffer gelistet, bei denen die eingegebenen Wörter in genau dieser Reihenfolge auftauchen. Betrachten wir noch einmal das Beispiel Demokratie in der Krise. Suchen wir nach diesen Wörtern, erhalten wir mehr als 340 Treffer. Jetzt nehmen wir an, dass wir wissen, dass der Titel genau wie geschrieben Demokratie in der Krise heißt. In diesem Fall können wir die Suchbegriffe in Anführungszeichen setzen und erhalten ein wesentlich genaueres Suchergebnis mit weniger als 30 Treffern. Auch wenn über den Reiter Artikel und mehr sehr viele unterschiedliche Datenbanken durchsucht werden, haben Sie die Möglichkeit auch nur gezielt den einzelnen Datenbanken zu suchen. Um diese einzeln aufrufen zu können, gehen Sie wie folgt vor. Auf der Homepage der Bibliothek klicken Sie bitte auf Suchen, wählen Sie anschließend unsere Medien und Datenbanken aus. Nun den Datenbankinfosystem DBIS-Link. Nachdem Sie einen Fachbereich ausgewählt haben, werden die einzelnen Datenbanken aufgeführt und mit den jeweiligen Zugangsbedingungen angezeigt. Warum sollte ich aber in einer einzelnen Datenbank direkt suchen? Es kann sein, dass genau die gewünschte Datenbank nicht über den Reiter Artikel und mehr durchsucht wird. Ein möglicher Grund hierfür ist, dass Betreiber der Datenbank seine Metadaten nicht dem Anbieter der Artikel und mehr Funktionalität zur Verfügung stellen möchte. Abschließend gilt, sollten Sie keinen Zugriff auf einem Werk erhalten, steht Ihnen immer noch die Möglichkeit der Fernleihe offen. Für weitere Informationen hierzu nutzen Sie bitte auf der Webseite der Bibliothek den Reiter Ausleihen und wählen Sie Fernleihe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.